alle hallo liebe leute ich bin akumisi 120 smart songs let's play und quasi unterhaltungsvideos heute geht es endlich wieder weiter mit dark earth ja sind wir schon ziemlich weit hier gekommen haben leider nicht im amal satt was ein spiel jung besiegt aber wir sind in den bereich beziehungsweise in den tunnel der konkreten angekommen und da machen wir doch mal weiter sind wir angekommen und ich glaube es könnte sein dass wir gleich wieder kämpfen müssen ich weiß man könnte vielleicht den blitz benutzen oder bleichspucker aber warum nicht einfach so kämpfen ok und wir die konkreten werden den platz einnehmen der uns zusteht den des oberhaupts die prediger werden vor uns auf den knien im staub liegen und wir werden unsere stiefel auf ihre kahl geschonen schädeln abtreten aber wenn wir diese larven besiegen wollen müssen müssen wir alle stark sein die schwachen werden gnadenlos zertreten wo ist jörg bringt ihn zu mir sordas meister es ist fett ich hatte dir eine einfache aufgabe anvertraut es waren nur zwei hüter des freunds und du bist gescheitert ach du scheiße das ist die strafe für alle die mich verraten los konkreten enttäuscht mich nicht puh oh hast du dich verlaufen komm her zu papa ok wir müssen kämpfen oh mein dolch ist kaputt toll geht doch wir haben den besiegt mein dolch ist zerbrochen scheiße was denn hier zu tief wenn ich hier einfach so hinein springe werde ich ertrinken ok zu tief wenn nein ich werde ertrinken und ein böser schlechte laune sagte sowas ok und speichern wir mal ab denn wir wissen nicht was uns noch weiter erwartet und der erste hat uns ja schon ziemlich viel energie gekostet energie gekostet ok die hälfte wow was geht denn hier ab zwei gefährliche gegner scheiße aber richtig gefährliche gegner ich denke denke ich mir mal da geht es noch weiter es könnte vielleicht sein dass es der vielleicht die höhle von sordos ist der anführer der konkreten boah leute das wird hart vor allem wenn ich gegen zwei kämpfen muss und ich habe äh noch nicht mal so starke waffen dann benutze es halt mal die konkreten waffe kampfachst konkreten waffe ich nehme mal die kampfachst vielleicht die gut wenn wir hier verrecken dann verrecken halt oh wer bist du denn hey bock kennst du den da nein alarm sprich dein letztes gebet wow ok wir gehen nahe zu denen hin und dann zack sprich dein nächstes gebet ok töten wir erstmal schön den klein wow der große macht aber viel schaden wow oh scheiße und tot sind wir scheiße gut doch nicht du bist du ja mein guter Gark ich habe einen neuen Spielkameraden für dich gefunden du kannst dich mit ihm amüsieren aber töte ihn nicht zu schnell ja sordos oh mieser Kerl eine Stunde ist gekommen du hast jetzt die Gelegenheit ein Held zu werden ein toter Held schade dass du nicht da sein wirst wenn Sparta in den Händen der Konkaliten sein wird du kannst mir glauben das Blut wird in Strömen fliessen wie der Sturm was sordos hat gesagt ich darf dir wehtun ich werd dir wehtun und du wirst schreien oh ja du wirst schreien ja ok also Bleikugeln für Bleispucker haben wir Munition für Blitz von Kali die Kocher haben wir also unsere Gegenstände hier haben wir hm also wenn wir hier raus kommen müssen wir wahrscheinlich gegen den kämpfen hm lass mich raus ich hab was für dich Halt's Maul lass mich raus ich hab was für dich du hältst deine dreckige Freffe hm 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 der macht das Bus so lange bis ich tot bin wisst ihr was dann versuch ich mal diese Flasche zu trinken okay es hat nicht so viel gebracht vielleicht den fisch und haben wir eine waffe vielleicht shit wir müssen dann so gegen kämpfen er perfekt wichtig was wir haben einen spezialtrick am ende mal okay der ist fast tot das haben wir gepackt und hätten keine konkurrenten schlüssel okay das ist doch schon mal gut ja da passiert nix ja aber hier ist sonst keiner was ist denn hier wir haben noch den schlüssel und guck mal was denn da da ist doch irgendwas drin zugeschlossen du hast doch den schlüssel mensch what the fuck shit der tod die finsternis alle ihr seid alle in großer gefahr die finsternis er will den stalliten in finsternis tauchen zed hör zu schuld ist tanandar die finsternis ist in ihm aber er ist tot nein er lebt was arkan es gibt einen geheimen ort eine gruft da ist eine energie eine gabe des sonnengottes dort wird tanandar zuschlagen er hasst das licht es schwächt ihn wenn er das lichterfüllte zerstört du musst ihn aufhalten nicht ohne dich nein keine chance du allein kannst ihn aufhalten finde das herz ich bin in gedanken bei dir nein halte durch was macht er mit uns shit what the fuck ach du scheiße wow er ist so eine kreatur geworden leute er ist so eine kreatur geworden was können wir machen wir haben keine waffen und für dich der wahrscheinlich zu groß wie sie aussieht oha und er hat ziemlich viel ah der packt rum das ist gut scheiße wir sind verreckt scheiße jetzt müssen wir da weitermachen wo wir abgespeichert haben scheiße das war hart leute das war ziemlich hart und sehr krass wir müssen versuchen die zu besiegen hier die 1 2 da hm wie machen wir das benutzen wir es doch in bleu spucker sagen wir etwas du da haha sprich dein letztes gebet ok und jetzt nun mal kämpfen mach doch mach wow so sehr gut sehr gut fach es sind wir schon wieder hier ja und den anderen habe ich noch erledigt bekommen wisst ihr was ich will die 1 2 3 erledigen sonst bekomme ich wahrscheinlich die waffe da unten nicht und vor allem ich glaube ich weiß noch so arg früher dass sie mal hier was wäre fest ja leere flässer aufeinander gestapelt achso wir müssen sowieso kämpfen ok der bleichspucker hat uns schon ziemlich gut geholfen hm oh hey no sprich dein letztes ok der ist tot und munition haben wir davon auch nicht nicht mehr so viel jetzt erledigen wir noch den hier jetzt erledigen wir noch den hier jetzt erledigen wir noch den hier yes so mein freund was hast du denn da konkaliten axt schwere konkaliten axt ah die gefällt mir doch was sagst du eine axt und ich glaube da hinten geht es zum sordos ich glaube so arg konnte man hier noch was finden metallgriff ja aber es ist doch noch im kopf gehabt das ist gut ok dann gehen wir zurück also nicht ganz zurück wir speisen nur da ab und dann gehen wir wieder dahin wo wir hin müssen gut jetzt haben wir ja die ein zwei erledigt die waren ziemlich schwer ohne bleichspucker hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft sechs kugeln der eine der eine war ein specieling gewesen sozusagen ja jetzt möchte ich noch den einen da drüben erledigen trinken wir mal ein bisschen was trinken wir mal ein bisschen was so haben wir den genug zum fressen und alles Trunk Fisch kann man das essen wie das kann man trinken nichts mehr drin ist man da überhaupt drin naja hauptsache wir ein bisschen was bekommen und wir nehmen jetzt diese tolle axt hier diese schwere axt die müsste wenn der schon ziemlich viel schaden da nehmen konnte ahja der wo getötet wurde nichts bei sich wo der tisch drauf gekommen ist okay können wir wahrscheinlich mit den Typen da drin kämpfen ich werde dir wehtun und du wirst schreien ah okay alter der hat viel lebensenergie Leute tisch machen wir fertig tisch machen wir fertig egal wow Wow. So muss das sein. Mit diesem Schlüssel kommen wir da rein. Und da müssen wir gegen Set kämpfen, Leute. Scheiße. Es wird hart. Hardcore. Und der Set, der wird hart, Leute. Hardcore über alles. Scheiße. Ich glaube, da nehme ich doch die Waffe. Anders geht's nicht. Aber wir müssen erst mal die Tür hier öffnen. Und schauen uns doch mal das Video in Ruhr an. Ah, Arkan, mein Freund. Der Tod. Die Finsternis. Alle. Ihr seid alle in großer Gefahr. Die Finsternis. Er will den Staliten in Finsternis tauchen. Zed. Hör zu. Schuld ist Tanandar. Die Finsternis ist in ihm. Aber er ist tot. Nein, er lebt. Was? Einen geheimen Ort. Eine Gruft. Da ist eine Energie. Eine Gabe des Sonnengottes. Dort wird Tanandar zuschlagen. Er hasst das Licht. Es schwächt ihn. Wenn er das lichterfüllte Herz zerstört, gehört ihm der ganze Stalit. Du musst ihn aufhalten. Los, geh. Nicht ohne dich. Nein, keine Chance. Du allein kannst ihn aufhalten. Finde das Herz. Zed, warte. Ich bin in Gedanken bei dir. Nein, haltet durch. Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Jetzt aber weg hier. Oh oh. Er kommt. Und wir uns töten. Oh. Drei Schüsse. Boah. Der Bleischbucker war gut, Leute. Und beim ersten Mal gleich tot. Oder zwei, dreimal tot gewesen oder so. Krass. Boah. Nichts bei sich. Nichts bei sich. Oh, Alter. Das war dein... Das war dein Waffenbruder, Alter. Was sagst du nichts bei sich? Hm? Nein. Ich habe jetzt keine Zeit, mich auszuruhen. Hm. Ah. Setz Blitz und Setz Säbel. Das ist doch gut. Zum Glück hat er uns wenigstens zwei Waffen übrig gelassen. Okay. Sauros, du bist als letztes dran. Alter, der Sauros. Da hat er Sauros seinen Konkalyden befohlen. Oder Tananda, was weiß ich. Normalerweise ist Tananda ein Tod, aber wie es ja aussieht, lebt er noch. Wie ist das möglich, dass Tananda noch lebt und hat Setz kontaminiert bzw. auf das Gift gegeben und Setz hat es verwandelt. Scheiße. Setz. Die haben wir hier umgebracht. Doch bevor wir zum Sauros gehen, bevor wir echt zum Sauros gehen, speichern wir hier ab. Sonnen Gott. Ha. Es wird noch krass, ey. Ach so. Ich überlege, ich wollte ja sonst mit der Stoppuhr eigentlich machen. Nicht mal ein bisschen ohne Stoppuhr. Ah ja. Geh mir. Da ist er. Er hockt da rum. Er weiß gar nicht, dass Alkan da ist. Hey. Was machst du denn hier? Das ist... Antworte. Du Dreckskerl. Oder ich reiß dir die Zunge raus. Bist du der mächtige Sauros? Ich weiß nicht, wo du herkommst. Aber eines weiß ich ganz sicher. Du wirst dahin in Einzelteilen zurückkehren. Was? Wo? Auch einer, der ziemlich viel Lebensenergie hat. Alter, ich der Stark. Komm. Ach, der ist stark, Leute. Wow. Und er kann ziemlich gut abwehren. Wow. Er ist bestimmt mir aber dran. Fuck. Wie wir dran waren. Tot. Scheiße. Und bevor wir hier... ...endlich Sauros an den Hals gehen... ...machen wir einen Cut und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und da werden wir Sauros umbringen. Denn der hat's nicht anders verdient. Dann bis dann beim Let's Play Dark Earth. Bis dann. Euer Akumisi 21. Yeah.